Familien, die erstmalig eine Immobilie in Deutschland für sich selbst bauen oder erwerben wollen, werden seit September 2018 unter bestimmten Bedingungen finanziell unterstützt. Was es genau damit auf sich hat, erklären wir jetzt. Das sogenannte Baukindergeld kann seit dem 18. September 2018 unter www.kfw.de slash Zuschussportal beantragt werden. Es unterstützt Familien mit bis zu 1.200 Euro jährlich pro Kind und über einen maximalen Zeitraum von 10 Jahren. In Bayern liegt die Förderung etwas höher bei 1.500 Euro pro Kind für maximal 10 Jahre. An den Antrag sind einige Bedingungen geknüpft. Erstens, die antragstellende Person muss entweder selbst kindergeldberechtigt sein oder mit einer Person, die kindergeldberechtigt ist und die das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat, im Haushalt leben. Zweitens, darf das jährliche zu versteuernde Haushaltseinkommen 90.000 Euro und für jedes weitere Kind zuzüglich 15.000 Euro nicht überschreiten. Und drittens, muss der Antrag spätestens drei Monate nach Einzug gestellt werden. Dies betrifft jedoch keine Einzüge, die 2018 waren. Das Baukindergeld kann also rückwirkend zum 1. Januar 2018 beantragt werden. Wenn Sie noch Fragen zum Baukindergeld haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Das Baukindergeld kann also rückwirkend zum 1. Januar 2018 beantragt werden. ... ...